Hallo liebe Motorfortmagazin.com Freunde und Formel 1 Fans, nach einem aufregenden Trainingstag in Australien. Wir wurden nicht enttäuscht, die letzten Wochen ging es viel um Politik, heute geht es endlich mal nur ums Sportliche. Ja wer früh aufgestanden ist für die Trainingssitzungen, der wurde genauso wenig enttäuscht wie die 124.113 Zuschauer, die schon den Weg in den Albert Park gefunden haben. Absoluter Rekordwert für einen Trainingsfreitag in Australien. Perfektes Spätsommerwetter, eigentlich hätte alles so schön sein können, war es eigentlich auch, außer für Williams und vor allem für Alexander Elbin und dann später für Logan Sargent. Was ist passiert? Alexander Elbin ist im ersten freien Training abgeflogen in Kurve 6, 7 an eben jener Stelle, an der er schon im Vorjahr abgeflogen ist. Fun Fact an dieser Stelle, 40 Fahrminuten lagen zwischen den Unfällen im Rennen letztes Jahr und dann jetzt im ersten freien Training. Ja, ihn hat es zweimal heftig erwischt im letzten Jahr, an aussichtsreicher Position gelegen, Punkte weggeschmissen, Rennen für ihn beendet. Jetzt ist sogar das ganze Wochenende beendet nach diesem Unfall, aber nicht für ihn, sondern für den Teamkollegen für Logan Sargent. Warum genau? Das wollen wir jetzt ein bisschen genauer anschauen. Erstmal zum Unfall selbst, wir haben leider keine Bilder, die wir euch da zeigen können. Er hat in Kurve 6, 7, wir haben in der Redaktion ein bisschen diskutiert, ob das jetzt eine Kurve ist, ob das eine Schikane ist, weil es ist ja eigentlich eine Rechtskurve, dann geht es gleich sofort Richtungswechsel. Also dürft ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, was das jetzt ist, ob Kurve oder Schikane. Jedenfalls ist er da am Ausgang von Kurve 6 oder am Scheitelpunkt von Kurve 7, ist er zu hart über dem Körb gefahren, Auto hat aufgesetzt, er hat die Kontrolle verloren, Gegenpendler kam und dann kam vor allem auch die Mauer immer näher, er hatte dann keine Chance mehr, das Auto abzufangen, ist vorne rechts heftig eingeschlagen, dann hinten rechts. Also das neue Getriebe hat auch noch einen Schlag abbekommen und wie heftig der Aufprall war, das hat man gesehen, als er dann von dieser Bande zur nächsten katapultiert wurde. Der ist einmal quer über die Strecke und ist dann auch noch auf der linken Seite in die Mauer eingeschlagen. Frühe Entwarnung, das Wichtigste vorweg, Alexander Elvin geht es gut, er wurde zwar mit dem Medical Car zurückgebracht, aber alles okay auf körperlicher Seite. Das Fahrzeug allerdings, das hat man schon gesehen, das hat ordentlich Schaden genommen. Die Vorradaufhängung rechts war komplett weg, hinten rechts und hinten links standen die Räder schief, also da ging einiges kaputt, das war klar. Wie viel kaputt ging, das war aber nicht sofort klar. Man hat es aber schon dann irgendwie so zwischen den Sessions gehört, okay, das könnte eng werden, dass er überhaupt noch am zweiten freien Training teilnehmen kann und tatsächlich kam dann kurz davor die Mitteilung, Auto ist zu kaputt, das konnte man jetzt nicht reparieren, man muss den Schaden noch weiter analysieren. Und das war ein bisschen eine komische Formulierung, wir müssen den Schaden noch analysieren, na wieso fängt man da jetzt nicht an einfach zu reparieren? Ja, weil das Monocoque, also das Chassis kaputt gegangen ist dabei. Wie stark das Ganze beschädigt wurde, das war am Anfang noch nicht klar und deswegen musste man schauen, kann man dieses Chassis jetzt reparieren, ja oder nein. Normalerweise würde man in so einem Fall dann gleich damit beginnen, das Ersatzchassis aufzubauen, aber genau da liegt das Problem bei Williams. Man hat nämlich kein Ersatzchassis. Normalerweise fertigt man drei Chassis für den Beginn der Saison, zwei sind dann im Einsatz, ein Ersatzchassis ist immer mit an der Strecke, bei Williams in diesem Fall nicht. Teamchef James Rouse sagt, es ist absolut inakzeptabel in der modernen Formel 1 kein Ersatzchassis mit dabei zu haben, aber das zeigt natürlich auch, in welcher Situation sich Williams im Winter befunden hat. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, da ging es drunter und drüber und ihr könnt euch schon auf unsere nächste Printausgabe freuen, da gibt es einen ausführlichen Artikel dazu und Williams musste überhaupt schauen, dass man die Autos zum Test fertig bekommen hat und deswegen gab es da keine Kapazitäten mehr, um ein Ersatzchassis zu fertigen. Das ist jetzt immer noch nicht fertig, das soll wohl in Suzuka kommen, aber das ist dann eben zu spät. Es war ein kalkuliertes Risiko, man wusste, dass so etwas passieren kann. Ja, ob es dann im ersten freien Training passieren muss, das sei natürlich dahingestellt. Jetzt hat man dann möglicherweise auch wieder kein Ersatzchassis. Das kaputte Chassis geht jetzt sofort nach England, nach Grove, man schaut, ob man es in der Fabrik reparieren kann. Ist dann natürlich immer so eine Notlösung, denn da packt man natürlich einiges an Gewicht auch noch drauf mit so einer Reparatur. Möglicherweise verliert man auch ein bisschen Steifigkeit, denn die Fahrer haben das nicht ganz so gerne, aber das ist jetzt erstmal das kleinere Problem. Das größere Problem ist, dass man natürlich einfach kein Auto mehr hat für den Rest, für das Rest des Wochenendes und eigentlich könnte man davon ausgehen, naja, hat Alexander Elbern eben Pech gehabt, aber nein, Logan Sargent hat Pech gehabt. Wir haben in der Redaktion während des Trainings schon so ein bisschen gemutmaßt, wenn man wirklich nur noch ein Auto für das restliche Wochenende zur Verfügung hat, lässt man da nicht Alexander Elbern lieber rein als Logan Sargent. Es hört sich irgendwie unfair an, die ganze Geschichte. Er hat das Schlammersel eingebrockt, aber auf der anderen Seite muss Williams als Team denken, zielorientiert und da muss man ganz klar sagen, jedes einzelne Qualifying, seit Alexander Elbern und Logan Sargent zusammen bei Williams fahren, hat Elbern gewonnen. Er ist klar der bessere Fahrer, klar die größeren Erfolgsaussichten auf Punkte und darum geht's. Deswegen hat Williams das auch so entschieden, wie wir das in der Redaktion entschieden hätten. Alexander Elbern bekommt das Chassis von Logan Sargent und der US-Amerikaner muss das restliche Wochenende zuschauen. Ja, Logan Sargent, der ist entsprechend wenig begeistert. Er sagt, das ist der härteste Moment in seiner Karriere, ist wirklich keine einfache Sache. Teamchef James Vowes, der bedankt sich natürlich bei Logan Sargent dafür, dass er das Ganze akzeptiert. Das war ja auch so eine Frage, ob das vertraglich überhaupt geht, dass Sargent da zuschauen muss, obwohl er nichts dafür kann. Alexander Elbern ist natürlich dankbar, hat auch Verständnis dafür, dass es eine harte Situation ist für ihn. Aber da muss man als Team denken. Für Sargent ist es nicht nur bitter, weil er zuschauen muss. Für Sargent ist es natürlich auch bitter, wenn man das dann so schwarz auf weiß hat, dass man einfach der schlechtere Fahrer ist, auch wenn man es auf den Ergebnissen auch immer sieht. Aber wenn es das Team dann nochmal so deutlich entscheidet. Ja, das ist richtig heftig. Sein Pech war auch ein bisschen, dass er im zweiten freien Training ganz gut abgeschnitten hat. Denn wenn Williams jetzt gesehen hätte, dass da sowieso nichts geht an diesem Wochenende, dann hätte man vielleicht Sargent fahren lassen. Aber Sargent wurde 13. Und da hat man gesehen, oh, da könnte, wenn vorne was passiert bei den Top-5-Teams, da könnte ja vielleicht doch was gehen. Sargent selbst hat es auch nochmal spannend gemacht. Er hatte einen kleinen Dreher, hat sich damit einen Satz Reifen ruiniert und somit keine Long Runs fahren können. Also alles andere als optimale Vorbereitung für Williams. Sargent und Albon, sie spielen hier zumindest mal ein perfektes Duo, die perfekte Kombination neben der Strecke. Wie sieht es aber auf der Strecke aus? Wer hat da die beste Fahrerpaarung? Genau dieser Frage gehen wir in der aktuellen Print-Ausgabe nach. Ausgabe Nummer 95, wer es noch nicht hat, abo.motorsport-magazin.com. Und da gibt es alle zehn Fahrerpaarungen unter der Lupe. Jetzt gehen wir mal einen weiten Schritt nach vorne und gehen zu Max Verstappen. Der könnte am Wochenende ja mal wieder den zehnten Sieg in Folge feiern. Aber es könnte einer seiner schwierigsten Siege werden in der jüngeren Vergangenheit. Schauen wir mal nur aufs Resultat. Vierzehntelsekunden Rückstand, immerhin noch Position 2, aber vierzehntelsekunden, das ist schon mal eine Hausnummer. Und im ersten freien Training lief es für ihn auch nicht ganz so optimal. Da hat er zwar nicht so viel Vorsprung, aber er hat einen kleinen Fehler gemacht. Ganz am Ende der Session ist er in Kurve 10 zu weit rausgekommen. Da muss man einfach mal wieder den Albert Park loben. Was für eine wundervolle Rennstrecke, auch wenn das Racing nicht immer so toll ist. Aber es gibt Curbs, es gibt Kiesbetten, es gibt Mauern. Und die Fahrer fühlen sich von allem magisch angezogen. Das sind spektakuläre Aufnahmen, die wir da schon im Training gesehen haben. Und Max Verstappen hat es dann als einer von vielen Piloten in Kurve 10 etwas übertrieben, ist da über den Körb geackert, hat sich dabei den Unterboden beschädigt. Und nicht nur den Unterboden, sondern auch noch das Chassis. Bei Red Bull konnte man das zwischen den Sessions allerdings beheben. Das war ja nur eine kleine Beschädigung, nur dort, wo der Unterboden befestigt ist. Und deswegen ist Verstappen mit 30-minütiger Verspätung in die zweite Trainingssession gestartet. Ist fast Business as usual, könnte man sagen. Verstappen startet immer ein bisschen später in die Trainingssitzungen, aber 30 Minuten. Das hat dann schon ein bisschen wehgetan, vor allem, weil es dann einfach nicht so richtig lief. Und das Besondere war, man lag nicht nur auf eine Runde hinten, nein, auch im Long Run sah es nicht ganz so gut aus. Bei Red Bull ist man trotzdem noch einigermaßen beruhigt. Man weiß natürlich, dass man den Motor noch ein bisschen mehr aufdrehen kann als die Konkurrenz. Trotzdem, es war schon ein schwächerer Trainingstag für Red Bull Racing und für Max Verstappen. Das muss man so klar sagen. Richtig gut hingegen lief es für die Scuderia, für Ferrari. Charles Leclerc mit Bestzeit, 4 Zehntelsekunden eben vorne. Aber das Besondere war eigentlich, dass er auch bei den Long Runs vorne war. Und die Long Runs, jetzt sagt der ein oder andere, auf so einem Stadtkurs wie Melbourne sind uns die doch eigentlich fast egal. Kann man ja ohnehin kaum überholen. An diesem Wochenende kommen aber tatsächlich sehr weiche Reifen zum Einsatz, weicher als in der vergangenen Saison. Die weichsten Mischungen, die Pirelli überhaupt im Angebot hat, C3, C4 und C5. Und das könnte dazu führen, dass wir sogar zwei Stops sehen. Wir sehen größere Probleme mit Graining, wir sehen sogar Reifenverschleiß kritisch auf der Hinterachse. Also das könnte tatsächlich noch ein sehr, sehr spannendes Rennen werden. Und entsprechend genau müssen wir uns da natürlich auch die Long Runs anschauen. Die sind bei Charles Leclerc eben richtig gut, bei Max Verstappen ziemlich schlecht. Aufs Ferrari-Sicht ebenfalls erfreulich. Carlos Sainz am ersten aktiven Tag wieder nach seiner OP im Einsatz auf Position 3 gelandet. Er fühlt sich insgesamt ganz okay. Er meinte, er braucht jetzt ganz gut Schlaf, also muss sich gut erholen. Aber an und für sich hat das gut funktioniert. Er ist noch nicht so hundertprozentig ans Limit gegangen, meinte. Er hat sich langsam herangetastet, Schritt für Schritt. Entsprechend ist dann diese Zeit auch noch besser zu bewerten. Gut zu bewerten ist auch Aston Martin an diesem Trainingstag. Lance Joll, der hat den ganzen Tag schon guten Eindruck gemacht, auf Position 4 gelandet. Fernando Alonso auf Position 5 und den hat es ähnlich erwischt wie Max Verstappen. Der ist in Kurve 10 im ersten freien Training etwas weit rausgekommen. Er sogar noch ein bisschen weiter. Dafür ist nichts am Monocoque kaputt gegangen. Dafür, weil er durchs Kiesbett geackert ist, der Unterboden. Das konnte man noch während der Session beheben, aber er musste einen anderen Unterboden einbauen. Also eine ältere Spezifikation ist natürlich ein bisschen bitter für ihn. Aber Performance von Aston Martin sieht durchaus interessant aus. Ein großes Fragezeichen habe ich da bei den Verfolgern noch bei McLaren stehen. Lando Norris mit Bestzeit im ersten freien Training, im zweiten freien Training. Dann deutlich weiter hinten gelandet, nur auf Position 9. Oscar Piastri auf Position 7. Aber ich habe die Long Runs angesprochen und da sehen die McLaren richtig gut aus. Da waren sie sogar erster Ferrari-Verfolger. Also da bin ich noch nicht so richtig schlau draus geworden. So richtig schlau werden wir seit Jahren nicht mehr aus Mercedes. Im ersten freien Training war man zwar mit bei der Musik, was die Performance anging. Wenn man sich die Aufnahmen angeschaut hat, das Heck von George Russell, das war beim Eingang in Kurve 9 ziemlich lose. Das war ein riesiger Moment. Code Brown, wie man so schön sagt. Er hat das Auto aber abfangen können. Auch Lewis Hamilton hatte damit Probleme. Trotzdem hat Hamilton nach dem zweiten freien Training sogar gesagt, dass es das beste Auto ist, das er in dieser Saison bisher gefahren ist. Im ersten freien Training sah jetzt optisch zumindest nicht danach aus. Im zweiten freien Training aber eine regelrechte Katastrophe für den Rekord-Weltmeister. Nur Position 18. Mercedes hat eine sehr fragwürdige Entscheidung beim Setup getroffen. Man hat das gesplittet, wollte was ausprobieren. Hat mal wieder nicht funktioniert. Deswegen lief bei Lewis Hamilton da gar nichts. Also der wird auf das andere Setup zurückgehen, das George Russell auch im Einsatz hatte. Ja, er ist im zweiten freien Training nicht besonders weit nach vorne gekommen, weil er zwei kleine Fehler hatte in den letzten Kurven. Ist er ein bisschen weit rausgekommen. Sonst wäre bei ihm auch mehr drinnen. Soweit erst einmal von den Verfolgern. Das sieht schon mal richtig spannend aus. Ich habe gesagt, die Trainings waren spannender als die beiden kompletten Wochenenden, die wir zuvor gesehen haben. Ich bleibe dabei und ich hoffe, dass das restliche Wochenende so weitergeht. Mit Spannung blicken wir dann auch auf die Boxenstops von Sauber. Wer genau hingeschaut hat, hat ja die letzten beiden Rennen mitbekommen, dass es da durchaus Probleme gab. In Bahrain bei Valtteri Bottas, dann in Saudi-Arabien bei Guan Yu Zhou. Ewig in der Boxengasse gestanden für einen Reifenwechsel. Also ewig, das war kein 4-5 Sekunden Stopp, sondern eine halbe Minute und aufwärts. Was war das Problem? Es gibt ein Design-Problem, möglicherweise zwischen Radnabe und Radmutter. Sauber will da nicht so richtig raus mit der Sprache. Sie sagen, ja, es gibt ein Design-Problem, ja, wir müssen die Teile ändern. Wo genau das Problem liegt, das will man nicht sagen. An diesem Wochenende kann man aber noch keine Änderungen vornehmen. Das ist ein Prozess, der dauert ein bisschen länger. Man muss das neu designen, man muss das dann fertigen. Höchstwahrscheinlich kommt dann beim Japan Grand Prix ein Hardware-Update. An diesem Wochenende aber gibt es dieses Hardware-Update nicht. Und deswegen muss man bei den Boxenstops einfach vorsichtiger sein. Warum dieses Problem erst im Rennen auftritt, das ist natürlich die interessante Frage. Auch da wollte man uns nicht wirklich verraten, womit das zu tun hat. Man kann nur mutmaßen, dass es die Temperaturen sind, die dann natürlich ansteigen. Vom Bremssystem geht natürlich viel Temperatur über in die restlichen Fahrwerkskomponenten. Chevi Puyola, der Ingenieur bei Sauber, hat aber gemeint, das hat nicht wirklich damit zu tun, dass sich die Komponenten dann ausdehnen. Auf jeden Fall ein interessantes Thema, das wir noch genauer verfolgen werden. Für euch die nächsten Tage und die nächsten Rennwochen enden. Also, wenn ihr da mal so einen Sauberstopp seht, der vielleicht eigentlich gar nicht so interessant wird, schaut trotzdem etwas genauer hin. Genauer hingeschaut haben wir auch bei Sauber für die Zukunft. Denn das wird ja das Audi Werksteam 2026. Und da gibt es eine ganze Menge zu besprechen. Da hat sich ja in den vergangenen Wochen einiges getan. Die Übernahme, sie wurde beschleunigt. Trotzdem sieht es eigentlich nicht ganz so rosig aus. Genau dieses Thema haben wir besprochen im neuen Motorsportmagazin Podcast. Das und noch viel mehr, zum Beispiel wirklich witzige, interessante Funfacts, gibt es in dieser Podcast-Ausgabe, in Ausgabe Nummer 2. Jetzt auf allen Podcast-Plattformen eures Vertrauens. Und auch hier auf YouTube, auf dem Talk-Kanal, mit einer wirklich spektakulären Visualisierung. Ich würde sagen, die ist fast so spektakulär, wie dieser Trainingsfreitag war.